hallo und herzlich willkommen meine lieben zur nächsten folge minecraft era ich glaube 21 aber glaube ich schon ne kann das sein ich glaube schon ich glaube schon ja ich stehe jetzt hier gerade ich drücke mal die falsche taste ich stehe jetzt hier gerade im zentrum was die jungs fertig gebaut haben ich weiß gar nicht ob ich die marktstände schon gezeigt haben ich kann es gerade nicht sagen wie hat look hier ein paar marktstände gebaut in hübschen brunnen und so für das ganz schön er hat hier einen marktstand gemacht wo es so essenszeugs gibt rotfleisch weil also sortierzeugs halt kann man sich kostenlos nehmen hier ist noch einen marktständigen kann man mieten ich habe mir jetzt hier drüben erst mal den hier eingerichtet sieht der nicht hübsch aus ist der nicht wunderschön ich finde ich selber selten so wunderschön es ist so es passt einfach und zwar jenny's küche zum einen gibt es hausmannskosten und zum anderen gibt es sachen vielen naschkanzen und es ist alles kostenlos aber man sollte es natürlich nicht vertreiben dass jeder was abkriegt ganz einfach und ganz wichtig mit liebe gemacht alles hier und hier mal blämchen und hier saue keksdosen kann sich jeder immer ein keks rausnehmen also wenn es geht immer nur ein von sich ganz witzig so ne und ja da habe ich ganz viel zeug jetzt gebacken jetzt weil wir waren wie danach einfach ein bisschen was auf screen zu kochen vor allem weil ich einfach momentan eine dermaßen überproduktion an eiern habe deswegen ist so viel eier drin im einmal omelette 64er stack sie kennt vielleicht der eine die andere noch aus wisp die wir davon werde ich mich jetzt auch wieder hauptsächlich ernähren dann einfach so ein paar eier für die leute die hat gerne ein paar eier hätten ich wollte ich noch eier mit herbringen habe ich jetzt vergessen gut ich habe ein bisschen milch reingemacht weiß ja nie hier spiegelei rührei habe ich paar pancakes gemacht paar waffeln ein bisschen kuchen das ist der normale minecraft kuchen und habe jetzt hier ein paar joghurts gemacht also hin wäre apfel plumpflaume hin da mal kurz apfelkuchen käsekuchen minzbonbons karamel apfel karamell schokolade und normale schokolade und ein paar normale minecraft cookies wir werden noch mal demnächst eine backfolge backkochfolge machen bis es wird auch bald kommen ich habe jetzt mal eben schnell angelegt aber für knochenmehl falls jemand braucht weil ich einfach gerade bei meinen dinos sohn dermaßen überschuss an knochenmehl habe gott meine stimme haut gerade und zwar aus dem grund dass ich von loki jetzt man schon hier fassilien bekommen habe und diese natürlich alle in meinem analyzer und der spuckt natürlich auch sehr viel knochenmehl aus und die kiste ist einfach übergelaufen die musste ich kurz ein bisschen leeren und ja gut unseren dinos geht es gut ich habe immer noch keinen keinen namen für unser nessi dino ich hatte gesehen er hat schon ein paar schöne namen reingeschrieben ich habe jetzt vergessen ich hätte davon gucken können mache ich nächstes mal ich habe jetzt hier die ganzen werkzeuge hatten wir ja schon gemacht hier habe ich jetzt so grundsachen schon ein bisschen was gecraftet so mario mehl karamell was haben wir hier noch wasser butter heavy cream auch ganz wichtig alles aber sehr einfache sachen ja den schutz den presser hatte ich noch gebaut habe ich noch einen schrank eingebaut weil ich einfach zu viel platz für gemüse allerdings das größte problem am kochen ist einfach dass wir die meisten gemüse sachen gar nicht haben also ich bin ganz viel rumgelaufen habe dann noch so so pflanzen kaputt gemacht das sind so bestimmte pflanzen vielleicht sehen wir gleich noch mal unterwegs welche und was wir auf jeden fall brauchen ist kurz gucken die brauchen wir nicht was wir auf jeden fall brauchen ist halt normales also ein gemüse bild für die sachen auch also ich möchte noch öfters solche gerichte kochen das macht mir einfach auch spaß ist so ein bisschen zum chillen das ist jetzt nicht super spannend das ist wie gesagt es ist halt einfach zum chillen ein bisschen aber das glaube ich habe ja noch genau ärzte drin gehabt das kann ich auch noch weg das kann noch das kann noch in die essens küssen das ist dinos bleibt jetzt hier das kann raus das kann raus das kann auch raus dass wir ein kleines bisschen platz hier noch haben im inventar das wäre zauberhaft im inventar und in der tasche weil es ist beides immer sehr schnell voll und solange das hier gerade noch schnell geht ist ja alles cool so auf den ersten blick das das kann auch in die essenskiste ich habe ja gerne holz bei mir aber ich glaube wir können auch ein bisschen was davon weg tun ich mache das mal eben schnell diese sachen gern ein bisschen was bei mir aber nicht ganz so viel nicht ganz so viel hier habe ich vorhin gesehen ich habe ja ganz viel holz dran also tue ich einfach noch mehr holz rein ist einfach jetzt habe ich sortiert das wollte ich gar nicht sortieren ist zwar gut aber der sortiert es nicht so wie ich es gerne hätte zumindest also jetzt in meinem inventar es geht gerade es geht gerade so jetzt brauchen natürlich samen die sache ist dass wir die meisten die sache ist dass wir die meisten samen halt nicht haben das heißt wir werden uns jetzt ganz viel gemüse schnappen mitnehmen samen draus machen und anpflanzen das war von dem baum wir werden zum beispiel hier blumenkohl das und das machen jetzt warte von dem wir mehrere haben können wir ja zwei machen von dem wir einen haben können wir natürlich immer noch einen machen aber das wird erstmal so vorangehen soja bohne was auch immer lauch spinat ich weiß gar nicht was cabbages aber okay bohnen brokkoli ganz wichtig brokkoli jetzt haben wir doch hier haben wir doch soja bohne was doch doppelt master seeds coffee seeds nehmen wir jetzt erstmal so mit so aber ich könnte es ja in die tasche tun ne warte ich tue es in die tasche das wird direkt alles mitnehmen ja dann gehen wir heute nämlich ein bisschen unter die farm ja quasi ne okra ist das nicht gurke edible root kann man die anpflanzen ich weiß nicht wir werden es ja gleich sehen wir werden es ja gleich sehen tee zucchini sehr wichtig hier können wir leak hatten wir doch eben schon oder manchmal stackte das auch nicht das sind immer ein bisschen blöd hatten wir leek leek ja aber wir haben schon genug leek okay gut kann das da wieder rein das waren auch die schränke ja das sind die wichtigen ich habe jetzt hier bären drin ne aber auch jetzt nichts groß wichtiges von daher haben wir ja einiges an dingern moment wir können ja gleich ja hau ich das alles in die tasche statt erst samenzumachen ne moment ich mach das mal fix so und weiter geht es ich habe jetzt alle sachen ich habe alle samen einmal kurz zeigen ich habe mit glas geschnappt noch ein bisschen holz und mir ist gerade aufgefallen ich habe hier auch noch ähm fisch jetzt mal kurz so ähm fisch gesponsert bekommen von loki der hatte fisch können wir noch eben schnell bei meinem dino vorbeibringen müssen wir eh in die richtung und dann mal gucken da wir ja hier in die richtung seit die dinos haben würde ich das gerne ähm hinter die baumfort irgendwo machen alter wir werden uns hier so dermaßen breit ausbreiten ich kann ja froh sein dass alle anderen auf der anderen seite das fluss bauen also bei kevins seite da kann ich mittlerweile echt froh drüber sein muss ich ja mal so sagen ne so wieder ordnung machen oh und wir haben von kevin haben übrigens die extra stream bekommen damit können wir jetzt schneller bäume fällen damit dürfen wir natürlich nie an unser haus gehen das wäre fatal ich habe ja auch gesagt er soll damit bloß von unserem haus weg ach ja stache wir sind schon auf der minimap ich habe stache in game tag gegeben genau in game tag nein name tag dasselbe werden wir mit unserem nästchen natürlich auch noch machen sobald ich schon mir einen namen ausgeserbe in den kommentaren ähm ihr könnt aber auch gerne unter diesem video noch in die kommentare namensvorschläge schreiben weil ich erst abends nachdem diese folge online ist dazu kommen werde aufzunehmen von daher ach ja stimmt ja ich brauche eine unten hauen da war ja was ich brauche eine unten hauen das baut sich von alleine aber es kommt zu mir geflogen das ist doch toll damit kann ich mir auch die tollen großen bäume hier weg machen das hätten wir schon haben müssen als wir den äh berg abgebaut haben aber naja genau und unsere kiste ich wollte ihn übrigens chester nennen aber ich kann ihm kein name tag geben das ist für doof unsere kiste sammelt die ganzen setzlinge auf und er versucht auch die die holzlinge zu kriegen ne die auf bodenhöhe naja er will gerne er will gerne na chester da ist eine blume schnappse dir das ist so viel einfacher wenn man das so macht das ist voll cool ich hätte natürlich schon vorher Platz machen können aber ich wusste auch noch nicht so genau wo ich jetzt hier das hinbauen will aber ich finde ja eigentlich ganz praktisch ich bräuchte jetzt zwar theoretisch noch mehr Platz für die Pferde und so aber ne und da machen wir uns den Gedanken wenn wir so fein sind und ziehen wir die dann nochmal um ist ja auch kein Problem ich habe auch ein bisschen geguckt und bin rumgelaufen und habe nochmal nach Pferden gesucht weil wir brauchen ja bestimmte Pferde und das ist halt die Sache ich finde diese also bestimmte Pferde Farben und man findet generell selten Pferde und ich finde halt auch nicht die richtigen Farben weil ich eigentlich gerne meine Pferdezucht anfangen möchte so und für den Anfang brauche ich zwei bestimmte Pferde und dann also insgesamt brauche ich glaube ich vier bestimmte Farben für die ganze Züchtung ich habe seit damals bei der Uraltserie bei meiner Paradies 2 Singleplayer Welt hatte ich ja schon mal Pferde gezüchtet und dann kurz erklärt mir ist dann aufgefallen ich wollte mir das Tutorial angucken es ist mir aufgefallen ich habe das Tutorial nie abgedreht ich bin so eine faule Ratte ganz schlimm so reicht das erstmal an Platz ja ne was ist los Chester sonst bist du immer schneller mit den ganzen Samen Setzflegen einsammeln also ne ich glaube der wird alt langsam habe ich so das Gefühl okay mal schön alles auffuttern so und ich habe übrigens ich bin auch so scheiße ne ich habe das Werkzeug hier von Loki jetzt so lange gehabt ich bin nicht auf den Gedanken gekommen ihm das mal wieder zu geben beziehungsweise ich habe es ja mal vergessen ne er hat jetzt gesagt ich darf es behalten er hat sich schon Neues gemacht es tut mir auch so leid das war nicht meine Absicht echt nicht aber ich habe es halt auch die ganze Zeit gebraucht weil ich ja einfach so viel immer planieren muss und ja ich weiß ich bin scheiße aber er fand es glaube ich jetzt nicht so schlimm von daher alles gut hab ich nochmal Glück gehabt so Chester kann mich da ordentlich verlaufen so mit Chester hier sind ja noch Setzlinge ich bin ein kleines bisschen enttäuscht jetzt kommen wir doch die Blumen dazu ah ne ach guck mal hier Hörp Garden da kommt auch was draus das wusste ich noch nicht ähm es gibt so andere andere Pflanzen oh toll Chester ich wollte dich anklägen aber irgendwie willst du nicht es gibt ähm andere Pflanzenarten wenigstens hier hol dir mal das da und das da hm so 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 jetzt kann er auch weg jetzt haben wir natürlich keinen Platz aber ich habe ja noch einen anderen Rucksack mit so was ich sagen wollte ist ich wusste nicht dass da auch Sachen drin sind es gibt so andere Pflanzen gucken mal ganz kurz ob wir schnell welche finden wir schaffen es eh nicht jetzt hier ein Gewächshaus fertig zu bauen und alles in der Folge weil ich einfach so langsam bin hätte ich jetzt mehr vorbereiten müssen heute und irgendwie habe ich heute nicht wirklich vorbereitet das war auch eine spontane Entscheidung was ich überhaupt in der Folge mache ich will auch nicht die ganze Zeit in der Sache sag mal also jetzt wird es langsam lächerlich ich laufe hier so viel querfält ein und so was sind hier welche jetzt kann ich angehen dass hier nirgendwo die Gemüse-Dinger stehen oh guck mal ein Tiger wow Tiger Big Cat Hübsche Tiger ne ich sehe echt nichts davon ne es ist gerade echt lächerlich da hinten ist ein Ant ich kann es euch nicht zeigen es tut mir leid es ist es kommt mir gerade sehr lächerlich vor dass nirgendwo diese Gräser wachsen aber okay ich habe auch kein äh kein Bauenmeer mit um selbst hinzupflanzen also zum einen sind es natürlich die hier das kennt man ja schon das sind aber so Früchte dingstens ah ja dann tobt dich halt aus ne äh jetzt bin ich schon wieder äh hier hast du noch so viel Platz Chester Junge 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 ja ich habe nicht gedacht ähm aber die meinte ich nicht es gibt noch andere es ist halt auch wenn man das weiß ist es halt ganz cool weil man so hier hat jemand gefällt und das war nicht ich das finde ich nicht schön das ist meine Seite des Flusses da machen wir uns ja auch nur dezent breit dezent ganz dezent ja ich werde hier auf jeden Fall ähm so ne und Gedöns bauen aber der kann auch weg okay ich kann die Blätter ein noch nicht mal auf die Nerven kommen der kann auch weg weg damit weg damit so Blätters genau geht mal weg ach das ist immer alles so anstrengend hier ne so dann werden wir hier irgendwie so Gewächshauspflanzen ach so aus dem den hier kriegt man natürlich die Früchte oh Erdbeer Erdbeer möchte ich haben Erdbeer möchte ich haben Erdbeer ist schon wieder voll ne ja super hast du ja toll gemacht es gibt einfach so viel Zeugs was man aus den Büschen kriegt das ist echt krass echt krass so du hast jetzt hier wieder ganz viel Gedöns aber du hast auch Gedöns was du gar nicht nehmen sollst Carrot Seed Angry Craft brauchen wir nicht weg 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 kann er verkammeln mir egal so aber wir brauchen natürlich an einem Mann Wasser ne he he ja ohne geht das nicht ne ich spüre wieder ein Held hier aber hier so irgendwie wenn wir ein Gewächshaus bauen bauen wir direkt ein Gewächshaus und machen wir erstmal Umrandung ich weiß es nicht das ist gleich viel Gewächshaus ne Gewächshaus ist cool ich mag Gewächshauser haben wir ein bisschen Erde ne gibt es noch was Erde her gut schön ähm ne das wäre natürlich jetzt schlau jetzt müssen wir mit das Ganze hier aufhören so so hier kann ich auch wieder sagen die die in mein Paradies geguckt haben wir werden viel Platz brauchen für so Gedöns ich werde einfach ein äh monstermäßiges riesen Gewächshaus bauen ich wollte gerade craften sagen warum wollte ich craften sagen man craftet kein Gewächshaus das wäre mir neu hätte Vorteile aber ne es wird dunkel da ist es ganz wichtig zu schlafen weil hier sehr viele miese fiese Monsters spawnen und einen nerven zumindest können wir den Grundstein legen für unser Gewächshaus na komm mal her da ist ja noch Erde ich möchte eins bauen was wirklich möglichst groß ist ich glaube das reicht mir hier immer noch nicht aber für den Anfang ist es glaube ich okay zwei Dinger für die Tür so jetzt nimmt er schon wieder Sprucewood ne ich hasse es ich hasse es wenn der automatisch rüber wechselt man macht nur Sprucewood ne oh Gott sei Dank einer noch mal Schwein gehabt so manchmal so sollte ich nicht ähm ja die Ecken müssen wir natürlich hochbauen wie hoch sind wir denn jetzt eins zwei drei vier fünf insgesamt zu viel sind wir hoch gehen wir fünf hoch das passt doch oder eins zwei drei vier fünf zwei drei vier fünf sind wir eigentlich in der Breite zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn das passt hier wir sind ja sogar sie sind ja sogar nö und so fünf rest wird glas würde ich mal behaupten da haben wir glaube ich gar nicht genug mit aber egal fang jetzt trotzdem schon mal an das passt hier Zum einen das Glas hat gereicht, finde ich sehr cool. Zum anderen, ich habe jetzt kein Clear Glass genommen, aber es hat auch einen Grund. Also bei den Dinos und beim Übergang habe ich ja Clear Glass genommen. Hier ist es nicht richtig. Super Grund, ne? Ich bin so gut im Erklärt. Ne, es ist wirklich so. Also es ist einfach unnötig, weil es ist einfach nur ein Gewächshaus. Es ist einfach aus logischen Gründen, dass wir, zack, das, 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 das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich bin raus. Also es ist einfach aus natürlichen, logischen Gründen, dass wir halt Glas machen, weil Licht rein und so und Wärme drinne bleiben und so. Aber ansonsten ist es wurrisch. So, ich werde jetzt gleich noch offscreen ein bisschen das Dach machen. Da bin ich eh nicht so gut drin, da werde ich auch eine Weile brauchen. Deswegen mache ich das gleich offscreen. Da hinten ist übrigens der Turm von Zardars. Wir müssen mal bei ihm vorbeigucken. Ich weiß nicht, ob er da das aufgenommen hat oder so. Der hat auf jeden Fall von Kevin Cobble gesponsert bekommen. Und, äh, nicht wenig. Und ich glaube, dementsprechend ist es ein bisschen übertrieben. Weiß nicht, ich finde, ihr ist übertrieben, den Turm. Ich finde ihn ein bisschen krass. Aber generell, grundsätzlich finde ich es geil, dass hier mal ein bisschen gebaut wird. Weil, äh, ne? Auch wenn es nach oben ist, dann ist es halt nach oben. Ich glaube, sonst so am größten sind die Aluki und ich momentan. Von daher... Gut, ich hoffe, euch hat die Feige gefallen. Ich mache jetzt hier das Gewächshaus fertig. Und das nächste Mal können wir dann vielleicht schon ein bisschen ernten. Und einfach mal eine kleine Kochfolge machen, so zwischendurch. Weil, äh, Pam's Harvest Craft hat ja doch sehr witzige Rezepte. Und es macht auch Spaß, finde ich. Vielleicht macht es euch ja auch Spaß. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alkera.